Was sind die wichtigsten Mindsets, um selbstbewusst zu werden? Herzlich willkommen zum Freundin für den Podcast. Mein Name ist Andy Friday und in dieser Folge wirst du unsere Auswahl für die wichtigsten Mindsets bekommen, die in diesem Fall meinem Co-Host Dominic Van Aver und unserem Experten für Selbstbewusstsein genau dabei geholfen haben, in seiner Entwicklung so selbstbewusst zu werden, dass er mittlerweile das anderen beibringen kann. Wie du vielleicht, wenn du auf YouTube dazuschaltest, siehst, ich habe ein weißes Hemd an. Das liegt daran, dass ich auf dem Weg zu einer Hochzeit bin und heute die Podcast-Folge nicht komplett selber aufnehmen werde, sondern Dominic jetzt übernehmen wird. Aber das ist ein tolles Thema, denn wir haben darüber jetzt schon länger gesprochen und wollten diese Folge schon vor längerem aufnehmen. Ich glaube, die wird dir sehr gefallen, wird dir sehr hilfreich sein auf deiner Reise und natürlich auch dabei flirtiger, selbstbewusster und souveräner mit Frauen zu werden. Und das Tolle ist, das kannst du heute direkt umsetzen, schon während du diese Podcast-Folge hörst und natürlich auch erst recht morgen und im Laufe der Woche, wenn du dann mit anderen Menschen redest und vielleicht sogar auf deinem Date bist. Also mein Lieber, viel Spaß und ich übergebe jetzt an Dominic. Ich habe dir heute fünf Zitate, Lebensweisheiten mitgebracht, die ich immer, immer wiederhole in meinen Coachings, die wir auch in den Podcast-Folgen sehr oft ansprechen, aber auch nie die Zeit haben, mal genau darauf einzugehen und die mir persönlich auf meinem Weg in meiner Entwicklung extrem geholfen haben, an die ich mich auch immer wieder zurück erinnere und die mir auch immer wieder eine Erinnerung geben, um auf meinem Weg zu bleiben, genau dann entsprechend durch zum Beispiel schwere Zeiten durchzugehen, über Hürden hinweg zu kommen, Probleme zu lösen und diese Zitate gebe ich dir heute mit. Starten wir mit dem ersten Zitat und das ist ein Zitat, was mich sehr lange schon begleitet. Der beste Zeitpunkt, einen Baum zu pflanzen, ist vor 20 Jahren. Der zweitbeste Zeitpunkt ist jetzt. Und dieses Zitat, da geht es entsprechend darum, dass wir eigentlich wissen, dass wir jetzt starten sollen, dass es keinen besten Zeitpunkt gibt, dass es nicht einen besseren Zeitpunkt gibt, sondern dass der beste Zeitpunkt immer jetzt ist. Wir sitzen im Prinzip auf einer Wiese in der prallen Sonne, statt in dem Baum zu sitzen, den wir vor 20 Jahren hätten säen können. Und in 20 Jahren wirst du dir wünschen, dass du heute angefangen hättest. In 20 Jahren wirst du dir wünschen, dass du heute den Mut gehabt hättest, das Coaching zu starten, dass du dich auf flirtanalyse.de eingetragen hättest und gestartet hättest, mit uns entsprechend zu sprechen und dann das Coaching zu starten, damit du das Problem, was du heute hast mit Frauen, in 20 Jahren nicht mehr hast. Und mir selber ist es damals auch aufgefallen, wenn ich dann irgendwie eine Frau ansprechen wollte und ich habe dann irgendwie was Wichtigeres, Wichtigeres in Anführungszeichen zu tun gehabt oder irgendwas anderes war gerade nicht richtig. Ich habe mich gerade nicht bereit gefühlt, weil ich gerade auf dem Weg nach Hause war oder gerade irgendwie zur Uni musste und ich war sowieso schon spät dran und ich wollte nicht zu spät zur Uni kommen. Aber wir wissen, dass das einfach komplett egal ist, dass es eine Ausrede ist. Ich wusste damals, dass zum Beispiel zu spät zur Uni kommen überhaupt kein Beinbruch ist und sich niemand dafür interessiert, ob ich da bin oder nicht oder ob ich jetzt gerade irgendwie verschwitzt vom Sport wiederkomme und das jetzt gerade nicht der richtige Look sein könnte oder was auch immer. Wir wissen, dass es völlig unwichtig ist. In 20 Jahren, wenn wir darauf zurückschauen, wenn ich darauf zurückschaue, ich weiß das jetzt schon, dass es total unwichtig war und einfach nur eine Ausrede war. Aber wie oft glauben wir, dass es da einfach irgendwie, dass es jetzt nicht der richtige Zeitpunkt ist? Wenn du eine Frau an der Bushaltestelle siehst und du weißt nicht, wie du sie ansprechen sollst, du weißt nicht, wann der richtige Zeitpunkt ist, du weißt nicht, was du tun sollst, es ist einfach nur der Punkt, dass du gerade nicht das Selbstbewusstsein hast, was du hättest haben wollen, was du haben möchtest und du hast es gerade nicht. Und das ist nicht das erste Mal, dass dir das passiert ist. Das ist nicht das erste Mal, dass du in der Situation bist. Du hättest da früher schon starten können. Du hättest das erste Mal, wenn du diesen Schmerz gespürt hast, gespürt hast damals so, dass du jetzt nicht gut genug bist, sie anzusprechen, dass du dich jetzt nicht bereit fühlst, dass du jetzt nicht das Selbstbewusstsein hast, sie anzusprechen. Du hättest damals schon wissen können und du wusstest es, dass du daran hättest, was tun sollst. Du hast es aber nicht gemacht. Vor zwei Jahren, als dir das erst mal aufgefallen ist, hättest du was tun können, damit du jetzt nicht in der Situation bist. Du hast es damals schon gespürt. Du hast dich aber entschieden, nichts zu tun. Vor zwei Jahren oder vor 20 Jahren hättest du die Saat setzen können, um den Baum zu pflanzen, in dessen Schatten du dich heute setzen könntest, auf dieser Wiese des Lebens und der Baum des Erfolges, der dann gewachsen wäre. Hast du aber nicht gemacht. Du hast den besten Zeitpunkt verpasst. Aber du hast den zweitbesten Zeitpunkt jetzt. Du spürst es jetzt, dass du nicht das Selbstbewusstsein hast, sie anzusprechen. Dann ändere jetzt etwas daran. Du wirst vom Leben sonst oft genug die Situation bekommen, wo du den gleichen Schmerz spürst, wo du dich wieder nicht gut genug fühlst, wo du dich nicht selbstbewusst fühlst, selbstbewusst genug fühlst, sie anzusprechen. Ja, wir schieben oft die Sachen auf, weil wir Angst vor etwas haben. Ich schaue hier zwischendurch auf meine Notizen, wenn du das gerade auf YouTube schaust. Und gerade diese Sache so, weil wir die Angst aufschieben, oder uns nicht der Angst stellen, ist entsprechend das Aufschieben dahinter. Und das erinnert mich oftmals an dann so Gespräche, die ich mit Männern in der Flirtanalyse hatte. Und wenn sie dann sich zum Beispiel nicht für ein Coaching entschieden haben in diesem Moment oder nicht entscheiden konnten, weil sie zu viel Angst davor hatten. Ich habe sie dann oft gefragt, was hindert dich denn jetzt zum Beispiel gerade daran, das Coaching zu starten? Dann kam oft so Unsicherheit. Ich weiß nicht, ob ich das kann. Und diese Unsicherheit war halt oft dann dieser Punkt, was ist, wenn ich mache und tue? Und dann mir am Ende zum Beispiel des Coachings gesagt wird, ach, mein lieber Michael, du hast alles umgesetzt. Du hättest eigentlich jetzt Erfolg haben müssen, aber scheinbar bist du die einzige Person im Universum, die keinen Erfolg bei Frauen haben darf. Hier ist Brief und Siegel darauf, dass du nicht würdig genug bist. Davor haben wir Angst. Das ist das Gleiche, wie dann entsprechend die Frauen zu sprechen. Du sprichst sie nicht an, nicht weil du in erster Linie die Angst vor Ablehnung hast. Du sprichst sie nicht an, weil ihre Ablehnung bedeuten könnte, dass du lernst, nicht gut genug zu sein. Dass du die Vermutung, diese Angst davor, diese Vermutung bestätigt bekommst. Dass das, was du generell schon von dir vermutest, dein ganzes Leben lang, nicht gut genug zu sein, nicht lebenswert zu sein, nicht die tolle Frau verdient zu haben, sondern nur andere, anderen ist dieses Leben vorbehalten. Das ist deine insgeheime Vermutung, die du mit dir rumträgst. Und du hast Angst davor, sie bestätigt zu bekommen. Deswegen machst du nicht den ersten Schritt. Du hast Angst davor, am Ende nur eine olle, schnöde Teilnehmerurkunde zu bekommen, statt eine Sieger- oder Ehrenurkunde. Ich weiß gar nicht, ob die Ehrenurkunde. Ja, was Gutes war. Ich habe immer nur bei dem Bundesjugendspieler immer nur eine Teilnahmeurkunde bekommen. Traurig. So, aber das ist eben genau das Ding. Wenn wir einfach nur dann Angst davor haben, dann das nicht zu tun, werden wir auch nicht über uns hinauswachsen. Aber du weißt genau, dass du das tun musst. Du wirst diese Angst spüren so oft, bis du sie endlich überwindest, bis du über sie hinauswächst. Bis du endlich dich dazu entscheidest, den zweitbesten Zeitpunkt zu nutzen. Du gehst auf diese Wiese des Lebens und du willst dich im Schatten eines Baumes des Erfolges sonnen. Im Schatten Sonnen ist ein bisschen schwer. Aber du willst dich im Schatten, in den Schatten legen. Dieses Baumes des Erfolges, den du hättest vor 20 Jahren setzen können, hast du aber nicht. Du weißt aber, du wirst dich in 20 Jahren da in diesem Schatten auch legen wollen. Das heißt, pflanze den Baum jetzt. Du weißt, dass jetzt der richtige Zeitpunkt ist. Es ist immer jetzt der richtige Zeitpunkt. Das heißt, wenn du dich zum Beispiel dafür entscheiden müsstest, sprich jetzt die Frau an, die du siehst, die dir den Impuls gibt, die dein Herz schneller schlagen ist. Und wenn die Hürde noch zu großwillig ist, dann geh auf flirtanalyse.de, sprich mit uns, trag dich ein. Und wir machen das gemeinsam, kriegen das hin. Und wo wir gerade beim Thema Angst sind, das zweite Zitat, was ich dir heute mitgeben möchte, ist, wo die Angst ist, ist der Weg. Und ich musste das tatsächlich erst mal googeln, von wem das ist. Ich benutze das seit Jahren schon, auch in den Coachings. Und auch einfach als Leitmotiv für mich. Und ich musste es googeln und anscheinend, das ist vermutlich von einem Herrn Günther Ammon, einem Psychotherapeuten. Danke, lieber Günther, für dieses Zitat. So, und das ist auch ein Thema entsprechend, wo die Angst ist, ist der Weg. Das ist etwas, was wir in den Mindset Calls in jeder zweiten Frage bearbeiten. Also entweder Ängste, Traumata, wo sie herkommen, was du individuell tun kannst, um sie aufzulösen. Also Mindset Calls, die wir dann entsprechend du in einer Gruppe mit mir führst. Das heißt, du kannst deine Fragen stellen und wir werden, also ich werde dann entsprechend im Detail dann auch auf dich eingehen, deine Fragen anschauen, mit dir beleuchten. Und es geht dann auch dann manchmal sehr lange. Ja, also manchmal sind die Mindset Calls auch bis zu vier, manchmal fünf Stunden lang. Einfach, weil ich mir Zeit nehme für euch. Ja, so wir, ich möchte das Thema mit euch auflösen. Du bist, du machst das Coaching und nimmst es ernst. Deswegen möchte ich das auch ernst nehmen. Und deswegen reden wir dann sehr oft dann auch über Traumata, über Ängste. Und wo die Angst ist, ist der Weg. Deine Angst ist, kannst du verstehen, als Wegweiser. Als Wegweiser für mehr Freiheit. Und Freiheit ist das höchste Gut, was wir Menschen erreichen wollen, wonach wir am meisten streben. Mehr noch als Liebe. Ja, also Freiheit ist die komplette Expansion von uns als Persönlichkeit. Und Angst schränkt diese Freiheit ein. Und wir sind entsprechend auf, wenn wir diese Angst haben, auf der Suche nach Sicherheit. Und, oder kleine Geschichte dazu. Ich bin so oft geflogen in meinem Leben, aber vor, auch weil wir damals zum Beispiel viele Auslandsworkshops gegeben haben mit den Männern, sind überall um die Welt getingelt und haben dann entsprechend in den verschiedensten Städten, Hauptstädten auf der Welt mit den Männern zusammen gewohnt und haben eine Woche lang einen Workshop gegeben und haben mit den Männern zusammengearbeitet und so. Dann mussten wir natürlich da hinfliegen. Musste ich natürlich auch da hinfliegen. Und vor vier oder fünf Jahren bin ich dann mal nach Zypern geflogen und der Flug war extrem ruppig. Und etwas so, also extremen Turbulenzen, also extreme wahrscheinlich nicht, aber starken Turbulenzen. Und das habe ich so noch nicht erlebt vorher. Und ich saß, hatte so einen Mittelplatz und die Männer links und rechts neben mir, die haben sich dann auch so bekreuzigt, weil es so auf und ab ging wie in einer Achterbahn. Und ich habe mir dann so eine Flugangst antrainiert. Also ich sage ganz bewusst antrainiert, weil wir machen uns Angst, wir machen uns Sorgen. Das sagen wir nicht einfach so in der deutschen Sprache, sondern das ist von uns selbst gemacht. Wir sind dafür verantwortlich, ob wir Ängste haben oder nicht. Es gibt nur zwei angeborene Ängste, die der Mensch hat. Und das eine ist die Angst vor sozialer Isolation. Und die zweite ist vermutlich die Angst vor dem Fallen. So, warum sage ich vermutlich? Unter anderem, weil ich das gerade noch nicht mehr parat habe, ob es genau die Angst vor dem Fallen ist oder ob es die Angst vor dem Tod per se ist. Aber das sind die Grundängste, also entsprechend die Angst vor sozialer Isolation und die Angst entsprechend vor dem Fallen. So, und entsprechend habe ich mir die Flugangst antrainiert. Und im Prinzip war ich dann mit dieser Angst sehr eingesperrt, weil ich war auf Zypern. Und von Zypern konntest du damals nur, es gibt mittlerweile ein Schiff, weil du konntest von Zypern entsprechend nur mit dem Flug, also mit dem Flugzeug wieder von der Insel weg. Das heißt, ich konnte mich entweder dafür entscheiden, in meiner Angst zu verweilen und Sicherheit zu suchen und auf der Insel sicher zu sein und dann nicht wieder im Flugzeug zu steigen, was mich extrem eingesperrt hätte, denn Zypern ist eine kleine Insel. Und ich wäre dann da geblieben. Oder ich musste mich meiner Angst stellen, was ich dann auch gemacht habe und habe dann entsprechend mir diese Flugangst wieder abtrainiert. Denn was ich mir antrainieren kann, kann ich mir auch wieder abtrainieren. So, du auch übrigens. Und. Das hätte mich halt entsprechend so in der Angst zu bleiben, hätte mir extrem Freiheit gekostet. Hätte mich Lebensgefühl gekostet. Und glücklicherweise, wie gesagt, musste ich da durch. Und das erinnert dich vielleicht auch an ein Zitat, an ein anderes Zitat, was du vielleicht kennst von Benjamin Franklin, der gesagt hat, wer bereit ist, Freiheit zu opfern, um Sicherheit zu gewinnen, verdient weder das eine noch das andere und wird am Ende beides verlieren. Oder auch in kurz, wie wir es dann irgendwie oft hier und da kennen, wer Freiheit aufgibt, um Sicherheit zu erlangen, wird am Ende beides verlieren. Die einzige Freiheit oder die einzige Sicherheit für mich, die einzige Sicherheit, die wir besitzen können, ist die innere Sicherheit. Die Sicherheit in uns selber. Das Wissen, dass alles gut sein wird. Das Selbstvertrauen, das Selbstbewusstsein. Das generiert auch die Freiheit. Aber wenn wir uns von der Angst einschränken lassen, berauben wir uns selbst unsere Freiheit. Die Suche nach Sicherheit lässt dich in der Mittelmäßigkeit verrotten. Aus einer Position von Mittelmäßigkeit, aus einer Position von, kontrolliert von Angst, wirst du nie signifikante Erfolge erreichen. Wenn du Angst hast, Angst um, Angst versetzt zu werden, Angst in den Korb zu bekommen, wirst du niemals die Frau deines Lebens in dein Leben ziehen. Wirst du niemals die tolle Partnerschaft in dein Leben ziehen. Wirst du niemals schöne Abenteuer, schöne Geschichten mit Frauen in dein Leben ziehen. Wenn du dich von der Angst leiten lässt, sie nicht anzusprechen, weil das vielleicht gerade der falsche Zeitpunkt sein könnte. Also besser als sie nicht ansprechen, dann riskiere ich keinen Korb oder irgendwie ihr Freund kommt dann nicht um die Ecke, ihr vermutlicher Freund, ihr potenzieller Freund und verkloppt mich dann. Ist okay, ja, das kannst du machen. Du kannst halt so denken, aber dann brauchst du halt auch nicht glauben, dass du jemals eine Frau kennenlernst, die dein Herz höher schlagen lässt. Sondern du wirst wieder maximal mit einer Frau bei einer Frau landen, die gar kein Interesse an dir hat, die nur wenig Interesse an dir hat oder eine Frau, für die du dich gar nicht interessierst. Eine Frau, die die halt irgendwie ein bisschen nett zu dir war und du nimmst halt lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach. Du nimmst halt ja auch was da ist, weil die Frauen, die dein Herz höher schlagen lassen, das ist halt den anderen vorbehalten. Träum mal nicht zu groß, bleib mal auf dem Teppich, nimm was du kriegen kannst, das passt schon. Spiel mal auf Sicherheit lieber. Nach dir werden keine Schulen benannt, nach dir wird keine Straße benannt. Du wirst nicht derjenige sein, der den großen Impact im Leben erreicht. Oder vielleicht willst du das auch gar nicht. Ich sage das so schulenbenannt und sowas einfach als Metapher für, wie Steve Jobs es gesagt hat, so die Delle ins Universum hauen. Du bist dann nicht derjenige, der out of the box denkt. Du bist nicht derjenige, der ein Charisma entwickeln kann. Wenn du dich von der Angst leiten lässt, dann hast du Angst davor, dass du das Falsche tust. Dass du jetzt gerade nicht der Richtige bist. Dass du gerade nicht, dass du das gerade nicht darfst. Dass du nicht derjenige bist, der ein tolles Leben haben darf. Beispiel noch dazu, was mir beim Notizenschreiben dann noch aufgefallen ist. Ich hatte vor Jahren, hatte ich Angst davor, einer Frau meine Gefühle zu zeigen. Also ich hatte zwar dann zum Beispiel eine Beziehung, aber ich habe dann Angst davor gehabt, ihr zu sagen, dass ich sie liebe. Ich muss ja dann der krass kalte Typ sein, der den gar nicht so interessiert und so. Und einfach, weil ich den falschen Männern zugehört habe. Ja, also ich habe dann entsprechend diesen, diesen, wie sagt man, diesen Messages zugehört von Männern, die gesagt haben, du musst so und so sein, statt entsprechend mir den Mann anzuschauen und zu schauen, ob der überhaupt ein Leben führt, was ich haben möchte. oder ob der vielleicht ständig irgendwie die falschen Frauen in sein Leben zieht. Und stattdessen habe ich einfach dieser Message zugehört, ja du, ein Mann zeigt keine, keine Gefühle, ein Mann muss hart sein und so weiter. Bla, bla, bla. Was das auch immer dann bedeuten darf. Was sie halt auch immer andauernd gepredigt haben. Ja, und das hatte dann den Effekt, dass ich mich damals mit meinen Freundinnen auch gar nicht irgendwie so connecten konnte. Ich hatte, ich hatte große Probleme damit in der Öffentlichkeit, Nähe zuzulassen von ihr. So, ich habe dann entsprechend, ich habe das als falsch empfunden. So, ich konnte entsprechend meine Freundin damals vorführen, war das vor zehn Jahren oder so, nicht in der Öffentlichkeit küssen. Das war für mich so, das macht man nicht, das gehört sich nicht. Und dann, dann hatte ich es auch entsprechend sehr schwer dann auch entsprechend irgendwie zu sagen, dass mir irgendwas auf dem Herzen lag oder dass mir etwas Sorgen bereitet hat oder so. ich konnte, mein Herz war einfach verschlossen. Ich konnte keine Verbindung herstellen. Und wenn wir dann irgendwie einen Konflikt hatten, Streit hatten oder so, dann habe ich zugemacht. So, statt entsprechend die Verbindung zuzulassen, statt entsprechend zu zeigen, so hier, so geht es mir damit. So, weil ich dachte, das wäre falsch. Sie würde mich dann nicht als Mann sehen und so weiter. Und das ist ein absoluter Käse. Und, also entsprechend, ich hatte, um jetzt den Vergleich nochmal deutlich zu machen, ich hatte extreme Angst davor, einer Frau zu sagen, was ich für sie empfinde. Einer, meiner Freundin zu sagen, dass ich sie liebe. Meine aktuelle Freundin, wir machen jetzt Sprung in die wein entfernte Zukunft, die mittlerweile schon eine Vergangenheit ist. Also, meine aktuelle Freundin, auf unserem ersten Date habe ich ihr gesagt, dass ich sie liebe. Ich habe gesagt so, oh, girl, I love you. Und warum habe ich das gesagt? So, weil ich das empfunden habe in diesem Moment. Weil ich weiß, dass es ja meine Liebe ist, die ich gebe. Das ist ja, ist ja mir völlig egal, was du damit machst. So, wenn, wenn ich dir ein Kaugummi schenke, ist mir doch völlig egal, ob du das kaust oder wegfährst. So, ich möchte dir das schenken. Das ist genauso mit meiner Liebe. Ich schenke dir meine Liebe. Was du damit machst, ist mir völlig egal. Ist ja deine dann. So, ich schenke dir das. Und, ähm, jetzt, also, ich habe das auch entsprechend dann schon anderen erzählt und sowas. Und, was dir jetzt auch vielleicht durch den Kopf geht, ist, aber das macht man doch nicht. Man macht, man zeigt doch nicht, man sagt doch nicht einer Frau auf dem ersten Date, dass man sie liebt. Es ist mir doch völlig egal, was man macht. Es ist doch meine Freiheit, meine Welt. Und ich habe mich damals entschieden, mich nicht mehr von der Angst leiden zu lassen, dass ich irgendwie die falschen Gefühle haben könnte oder das Falsche empfinde. Aber wenn ich in diesem Moment empfinde und wenn es das erste Date ist, fuck, I love you. Oder scheiße, ich bin voll verliebt in dich oder ich liebe dich, dann drücke ich das auch aus. Dann sind das meine Gefühle. Und ich habe mich dagegen entschieden, meine Gefühle als falsch zu empfinden, sondern meine Gefühle sind entsprechend valide. Und wenn ich sie in diesem Moment fühle, dann ist das ein valides Gefühl. Dann ist das richtig da. Aber ich werde mich nicht von der Angst leiden lassen und sagen, oh, das macht man nicht, das sollte man nicht tun, deswegen ist es falsch. und ich habe dann später, so ein, zwei, drei Monate später mit ihr auch darüber gesprochen, so, dass ich ihr das auf dem ersten Date gesagt habe oder sie hat das Thema entsprechend angesprochen und dann hat sie gesagt, so, dass sie das komisch fand. Aber sie fand das nicht komisch, weil man das nicht macht, so, also sie fand das nicht komisch, dass ich gesagt habe, ich liebe dich auf dem ersten Date, nicht, weil man das nicht macht, sondern weil sie noch nie einen Mann getroffen hat, der so offenherzig war wie ich, dem das völlig egal war, ob sie das, ob sie das interessiert oder nicht, ob sie das, ob sie das als falsch empfindet oder nicht und gerade, weil ich an dieser Stelle so offen war und ich will jetzt nicht davor erzählen, guck mal, wie toll ich bin, sondern ich will die Lektion, die dahinter mitgeben, wo die Angst ist, ist der Weg, ja, hätte ich mich von der Angst weiter leiden lassen, hätte ich weiter, 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 weiter über Jahre hinweg mein Herz immer weiter verschlossen, aber ich habe mich irgendwann dazu entschieden, mich nicht mehr von der Angst leiden zu lassen, sondern die gegenteilige Emotion, Liebe zu verspüren, Liebe für mich selber, Liebe für mich selber ist, ich möchte ein anderes Leben, ich möchte mich nicht von der Angst leiden lassen, ich möchte, ich habe Liebe zu mir selber, Liebe zur Freiheit und deswegen entscheide ich mich dafür, jetzt auszudrücken, wie ich mich fühle, dir gegenüber. Was du damit machst, ist mir völlig egal, ob das jetzt der falsche Moment ist oder nicht, das ist mir völlig egal, weil das ist für dich der falsche Moment, nicht für mich und wenn du entsprechend, so du als Frau dann jetzt, du bist jetzt dann die potenzielle Frau, mit der ich dann spreche oder ich bin jetzt du und du bist die potenzielle Frau, mit der du sprichst und sie hat damit ein Problem, dass du das gerade ausdrückst, dann ist das nicht die richtige Frau für dich oder du drückst es aus, weil du jetzt glaubst, dass du eine ganz krasse Methode empfunden hast und es gar nicht mehr authentisch ist. Das kann halt auch noch der Punkt sein. Aber wenn es aus dir, authentisch aus dir herauskommt, weil du das mit Liebe für dich selbst sagst, dann wird das auch genau so ankommen. Du bist emotional unabhängig in diesem Moment. Ja, also als ich darauf gehört habe, was die Angst mir eigentlich sagen will, und zwar, dass ich nicht mehr mein Herz beschützen sollte, um irgendwie dann nicht mehr verletzt zu werden, sondern offen nach außen zu tragen, offen zu zeigen, was ich denke, was ich fühle, wer ich bin. Erst dann konnte ich wirklich emotionale Freiheit oder emotionale Unabhängigkeit spüren und gewinnen. Also anstatt mich von der Angst leiten zu lassen und einsperren zu lassen, um dann eine Sicherheit zu haben, dass ich nicht verletzt werde, habe ich mich für die Liebe, für die Freiheit entschieden und dadurch entsprechend emotionale Unabhängigkeit gewonnen. Das dritte Zitat, was ich auch wahrscheinlich in jedem Mindset-Call wiederhole und was mir damals auch erheblich die Augen geöffnet hat, kommt von Carl Jung und das, also im Englischen funktioniert es irgendwie geiler, finde ich, und es ist What you resist persists oder wenn wir es auf Deutsch irgendwie übersetzen wollen, dann wäre es Was du widerstehst, das bleibt bestehen. Das ist nicht so geil mehr, aber das Widerstehen und Bestehen ist doch etwas, was wir da vielleicht rhetorisch wiedererkennen können. Und das ist, also es geht ja dabei um unser Ego und entsprechend auch um die Emotionen, die wir nicht zulassen wollen. So auch in Bezug zu dem, was ich jetzt auch gerade in in einem anderen Zitat oder in einem anderen Blog schon erwähnt habe. Und wir wir glauben, also gerade wir Männer, so wir sind mit dem Glauben aufgewachsen, dass wir jetzt irgendwie nicht und diese Gefühle spüren sollten, dass jetzt irgendwie gerade der richtig, nicht der richtige Zeitpunkt ist. Wir sollten nicht traurig sein oder wir sollten die Trauer nicht zulassen und so. Das Ding ist halt, wenn wir wenn wir uns abtrainieren, Emotionen zu fühlen oder uns antrainieren, entsprechende Emotionen zu blockieren, sie nicht zuzulassen, dann werden wir immer stumpfer und stumpfer und dann können wir auch entsprechend keine große Ausstrahlung entwickeln. Da müssen wir uns nicht wundern, dass wir keine Frauen, dass wir nicht Menschen in unser Leben ziehen. Wenn du jemand bist, der der von sich selber sagt, ich darf keine Emotionen fühlen, Emotionen machen mich, schwach oder was auch immer, dann übrigens ist das auch eine Emotion und du bist einfach darin gefangen, Emotionen zu fühlen und was auch immer. Aber wenn du halt das sagst, ich sollte das nicht fühlen, dann kann ich dir mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, dass du keine Frauen in deinem Leben hast und dass du auch keine Freunde hast. Du wirst vielleicht einige Freunde, Bekannte haben, aber du wirst keine tiefe Verbindung zu diesen Menschen haben. Du kennst diese Menschen nicht mal und diese Menschen kennen dich nicht. Du wirst dich immer noch extrem einsam fühlen, was dann wieder ein Gefühl ist, eine Emotion ist, die du nicht zulassen möchtest und dann denkst du, das ist so eine unangenehme Situation oder eine unangenehme Emotion, diese Einsamkeit zu spüren. Ich muss sie noch weiter wegdrücken oder ich muss noch effizienter sein und so, um dann noch weniger Emotion zu spüren. Und das ist entsprechend genau die Emotion zu blockieren, sie zu resisten, sie zu widerstehen oder ihr einen Widerstand aufzubauen. Aber dadurch bleibt sie bestehen. Wenn du sie wegdrückst und nicht auslebst, weil sie sich unangenehm anfühlt, dann wird sie da bleiben, wird sie immer wieder auftauchen. Emotionen setzen sich in verschiedenen, verschiedene Emotionen setzen sich in verschiedenen Körperbereichen nieder. Oder wir kennen das zum Beispiel sprachlich, wenn wir zum Beispiel sagen, ich schlucke meine Wut runter oder ich beiße mir auf die Zähne. Wenn ich gerade wie wütend bin und dann das nicht ausdrücken möchte, dann beiße ich mir auf die Zähne. Was mache ich dann, wenn ich mir auf die Zähne beiße? Vielleicht siehst du das, wenn du gerade ein YouTube-Video schaust, dann dann wird der Kiefer breiter. Also wir beißen uns auf die auf den entsprechend auf die Zähne, auf den Kiefer und dann wird der Kiefer breiter und dann wird das irgendwann ganz, ganz starr und angespannt und dann haben wir ganz viel Stress. Oder wenn wir Stress haben, beißen wir uns öfter auf den Kiefer. Dann werden auch die Schultern, die Schultern enger und die Emotionen fließen nicht mehr so. Wir sind dann im Überlebensmodus und dann sind wir entsprechend nicht im Erschaffungsmodus. Wir sind ja nicht kreativ, wir sind ja nicht spaßig, sondern wir versuchen einfach nur zu überleben, wenn wir in diesem Modus sind, weil wir glauben, dass wir gerade von einem Säbelzahntiger verfolgt werden. Sprich, dass jeder da draußen unser Feind ist und jeder uns was Böses will und dass wir besser sein müssen als der andere. Das ist alles Ego. Eifersucht, Neid, Mut, Angst, Scham, Schuld, Depression, Apathie in diesem Zusammenhang. Stolz. Das sind trennende, sprich egoistische und damit nicht verbindende Emotionen. Und die fühlen sich nicht gut an. Stolz fühlt sich halt entsprechend aber besser an, als dann Scham zum Beispiel. Und deswegen sind wir dann eher bereit, uns dann entsprechend in Stolz zu bewegen. Und Emotionen sind per se nicht schlecht. Also es gibt keine schlechten, keine positiven Emotionen. Auch wenn ich das hier gerade sage, sage ich das der Einfachheit halber, wenn ich von positiven oder negativen Emotionen spreche. Aber Emotionen sind einfach erstmal da. Weil jede Emotion, also wir hätten sie nicht, wenn sie nicht einen, wenn die Emotionen nicht einen Zweck erfüllen würden. Sonst hätten wir sie nicht. Du hast keine Emotionen, die, oder du bist nur imstande, Emotionen zu fühlen, um entsprechend einen Körperzustand zu bewältigen oder ein Ziel zu erreichen damit. Und wenn wir entsprechend diese Emotionen runterdrücken, zum Beispiel, dass nicht alleine sein wollen, wenn wir denken, weil sich das einfach schlecht anfühlt, so wir wollen das nicht und drücken das dann weg, dann wird das aber bestehen bleiben. Wir sind in einer Situation, wo wir dann denken, so ach, ich sollte das gerade nicht fühlen, das fühlt sich ganz, ganz doof an, alleine zu sein oder dieses Gefühl von Einsamkeit zu haben. Ich lenke mich jetzt erst mal ab. Also ich lenke mich ab mit Videospielen, so Computerspielen oder ich lenke mich ab mit Alkohol oder anderen Dingen, die diese starke Emotionen mildern. Und damit entsprechend, damit baue ich eine Sucht auf, weil dann die Flucht aus dieser negativen, in Anführungszeichen, Emotion zu einer Substanz oder einer Sache, die ich mache, sich besser anfühlt werde ich dann entsprechend diese Sache als Flucht immer wieder machen, statt die Emotionen aufzuarbeiten. Und wie ich gerade gesagt habe, verschiedene Emotionen lagern sich in verschiedenen Körperbereichen ab. So Menschen, die zum Beispiel sehr wütend sind, ihr Leben lang cholerisch sind, die sind eher davon betroffen, Magengeschwüre zu bekommen, weil sie sauer sind. Wir sind sauer, weil der Magen, die Magensäure sauer ist und wir mehr Magensäure produzieren und dann entsprechend mehr Magenschwüre bekommen. Ich weiß nicht, ob das jetzt medizinisch Sinn macht. Bin kein Arzt. Aber Trauer zum Beispiel setzt sich in der Lunge ab. So Schockmomente sind eine Form von Trauer. Es gibt ein schönes, ein schönes, ein schönes ist es eigentlich nicht, aber ein Video, wo Forscher in die Arktis fliegen und da einen Eisbären taggen wollen. Die schießen aus dem Helikopter. Der Eisbär läuft da auf seiner Scholl entlang und denkt sich nichts Böses und nochmal kommt da ein extrem lauter Helikopter und er versucht davor wegzurennen vor diesem Ding, was er nicht kennt. Das heißt, er hat Angst und dann schießt dieses Ding noch auf ihn und wenig später döst er halt weg, weil das entsprechend so ein Schlafmittel ist und dann haben die die Forscher Zeit entsprechend so sicherheitshalber diese Eisbären zu taggen und entsprechend ihnen mit GPS zu folgen und was auch immer die damit machen. Und dann fliegen die weg und dann wacht der Eisbär auf und sie haben immer noch dann die Kamera auf ihn. Und was der Eisbär da macht, ist sich er hat dann ganz spaßische Zuckungen und nachdem die Zuckungen aufhören, so nach einer halben Minute steht er auf und geht weiter. Und wir machen das genauso. Also würde dieser Eisbär das nicht machen, würde er die Emotionen, die sich im Körper festsetzen, aber dadurch, dass er diese Zuckung hat, lässt er die Emotionen von Schock, sprich dadurch auch Trauer, los. So dieser Schockmoment hat dann weniger Einfluss auf ihn. Und wir haben das Gleiche, wenn wir trauern oder wenn wir ein tiefes Trauma oder Angst loslassen, einen Schockmoment, dann, was machen wir dann, wenn wir bitterlich weinen? Dann schluchzen wir. Dann atmen wir tiefer. Und dieses tiefe Atmen ist entsprechend, weil unser Zwerchfell ein Muskel ist, lockert das diese Trauer da drauf, die dann festgesetzt ist. Und nachdem wir dann diese Trauer losgelassen haben, geht es uns auch besser. Wir haben dann genau diese spastischen Zuckungen. Gefühle beziehungsweise Emotionen setzen sich im Körper fest. Und wenn wir sie runterdrücken, dann packen wir noch mehr Emotionen da drauf. Wir sagen, es ist jetzt nicht die Zeit, diese Trauer zum Beispiel loszulassen. Oder ich sollte sie nicht fühlen. Wo ich dann für mich selber sage, dass ich nicht traurig sein darf, dass Trauer nicht gelöst werden darf. Sie muss in meinem Körper bleiben. Und du hast bestimmt schon zigmal gehört, wenn jemand gesagt hat, wenn du das jetzt nicht loslässt, dann kommt es später, dann wenn du es nicht gebrauchen kannst, wieder hoch und es zeigt sich dann auf anderen Wege. Und das ist tatsächlich so. Weil unser Körper versucht halt entsprechend diese abgelagerten Emotionen loszulassen. Die Traumata, die Wut, die Trauer loszulassen. Und wenn wir das nicht tun, wenn wir das nicht ausleben, dann kann es sein, dass sich das in Selbstsabotage äußert. Dann kann es sein, dass sich das als Glaubenssätze zeigt in deinem Leben. Dass du, keine Ahnung, weil damals deine Mutter dich aus Versehen geschlagen hat, als du gespielt hast oder so, und dann kann es sein, dass du dann irgendwie eine Frau siehst und dann Angst um dein Leben hast. Oder es kann entsprechend durch Millionen andere individuelle Wege sein. Und damit schränken wir uns immer weiter ein. Lebe die Emotionen aus. Spür sie doch einfach mal. Und dazu gehört eine ganze Menge Mut. Absolut. Aber es ist nicht angenehm durch Trauer, zum Beispiel wenn sich deine Freundin von dir getrennt hat und also entsprechend du jemanden verloren hast, ob das entsprechend durch eine Trennung oder durch den Verlust, weil jemand aus dem Leben geschieden ist, war. Aber wenn du dir nicht das erlaubst, diese Emotion zu spüren, dann wird das ein Teil von dir. Du wirst dann zu dieser Trauer. Du wirst dann zu jemandem, der immer weiter seine Gefühle runterdrückt. Und das wird dir in vielen, vielen anderen Bereichen deines Lebens extrem in den Arsch beißen. Garantiere ich dir. Es ist nichts Nobles, seine Emotionen runterzudrücken. What you resist persists. Es bleibt ein Teil von dir. bleibt bestehen. Wenn du es nicht rauslässt, wenn du es nicht akzeptierst, wie es ist, setz dich doch mal hin. wenn du das nächste Mal wütend vielleicht bist oder traurig bist, oder wenn du dich wertlos fühlst, dann setz dich doch mal hin, mach mal alle Ablenkungen aus und spür mal, wo dieses Gefühl der Wertlosigkeit, der Wut, der Trauer, der Angst, spür mal, wo das sitzt in deinem Körper. Als Beispiel, wenn du Angst vor etwas hast und du spürst dieses beklemmendes Gefühl in deiner unteren Lunge oder solaplexus, dann spür da doch mal rein. Lass dir doch mal frag dich mal, welche Form diese Emotion hat, welche Farbe sie hat, was ihre Bewegung ist, welche Textur sie hat, beobachte sie einfach mal, einfach mal neugierig und lass sie sich ausleben und du wirst merken, nach kurzer Zeit ist die Emotion verschwunden und es schleicht sich ein ganz anderes Gefühl plötzlich ein, am meisten Gefühl von Erleichtertheit, von Frieden, von Freude. Und dann weißt du so, okay, wow, ich habe die Emotionen bezüglich zu dieser Situation, an die ich gerade denke, verarbeitet. Vielleicht muss ich dann noch zwei, dreimal rein und so, aber allein, dass ich das jetzt gemacht habe, zeigt mir schon, dass ich nicht meine Emotionen bin, sondern dass sie einfach nur da sind und ich sie fühlen darf und mir sie entweder einen Weg zeigen, entweder etwas zu tun oder zeigen, dass ich gerade hier etwas verarbeiten darf, was mich sonst mein Leben lang begleitet hätte und mir in anderen Situationen in den Arsch gebissen hätte. What you resist persists erlaubt dir, die Emotionen zu fühlen und sie durchdurch fließen zu lassen. Und Zitat Nummer 4, was Andi und ich wahrscheinlich in jedem unserer Podcast Episoden in irgendeiner Weise wiederholen, aber auch was wir im Coaching ständig wieder als Erinnerung mitgeben und etwas was mich auch mein Leben lang begleitet hat bisher in meiner Entwicklung und wo ich immer wieder darauf zurückkomme. Der Weg ist das Ziel. Du kennst dieses Zitat, es ist nichts Neues und es klingt so, als ob die Buxtehude Stadtgemeinschaft Verkehrsgemeinschaft einen neuen Busslogan an ihre Busse geklebt hat. Es klingt halt sehr ausgedroschen sehr ausgelatscht sehr ausgelutscht das heißt aber nicht dass es nicht wahr ist. Wir leben in einer Zeit wo und das ist vielleicht einfach nur meine Wahrnehmung mein Gefühl aber wir haben ständig irgendwelche Quick Tipps überall die schnelle Lösung hier und da gerade mit dem Ausstieg von AI wie ich in drei Tagen 2100 67 Dollar mit meinem Side Hustle gewonnen habe ohne irgendwelche Arbeit zu machen sondern alles die Bots machen zu lassen so ein Bullshit sorry also ich glaube es gibt mehr so verdienst du Geld durch AI Videos als Menschen die durch AI Geld verdient haben aber das speist sich alles in oder das füttert sich alles daraus aus dem Wunsch mit null Aufwand ein gewisses Ziel zu erreichen das gleiche sehen wir so das sind die drei psychologischen Tipps wie du jede Frau ins Bett bekommst und so weiter das ist absoluter Käse wenn wir einfach nur das Ziel verfolgen ohne die Person zu werden die dieses Ziel erreichen kann dann werden wir dieses Ziel nicht erreichen oder unglücklicher werden nachdem wir dieses Ziel erreichen wir kennen das mit den Lotto Gewinnern die 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 entsprechend den großen Lotto Gewinn haben viele Millionen Euro Dollar was auch immer gewonnen haben und nachdem sie alles verprasst haben noch ärmer waren als zuvor oder die 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 Menschen die bei The Biggest Loser mitgemacht haben dieser Abnehm Show dieser Diät Show aus den USA einfach sehr 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 extrem übergewichtige Menschen ja sehr übergewichtige Menschen die dann ganz viel Gewicht verloren haben indem sie gehungert haben und entsprechend keine nachhaltige Lebensstil Lebensstilveränderung keine nachhaltige Lebensstilveränderung durchzogen haben sondern einfach nur eine Diät gemacht haben um ein gewisses Ziel zu erreichen die sind entsprechend nicht diese Person geworden die dünn ist sondern sie haben einfach nur das Ziel erreichen wollen The Biggest Loser zu sein die haben danach wieder Angewicht zugenommen mehr Angewicht zugenommen und hatten danach noch größere Probleme als vorher also statt eine Million Euro zu haben werde lieber zum Millionär werde die Person die es schafft eine Million Euro zu erwirtschaften statt die drei psychologischen Tricks zu haben zu anzuwenden um heute Nacht eine Frau mit in dein Bett zu nehmen werde lieber der Mann der so charismatisch ist dass er einfach mühelos Frauen kennenlernt statt eine Freundin haben zu wollen einfach nur damit du dich nicht mehr einsam fühlst werde lieber der Mann der so attraktiv für Frauen ist dass er auch alleine glücklich sein kann und eine Partnerin an seiner Seite sein Leben noch schöner macht es ist aber schon schön genug es ist schon schön und die Partnerin an seiner Seite ist wie das Dessert du hattest ein sehr leckeres Hauptgericht und jetzt noch das Dessert das hat die Partnerin an deiner Seite ja so statt entsprechend eine Krankheit deine Krankheit die du gerade hast zu heilen wäre lieber der Quell der Gesundheit wir wollen immer nur so viel so viel so viel ausbessern wie wir uns gerade negativ fühlen wenn wir uns ein wenig krank fühlen wollen wir nur ein wenig gesund sein wenn wir ein wenig wenn wir keine Ahnung ein wenig Schulden haben wollen wir nur ein etwas mehr Geld haben oder entsprechend viele viele von euch werden jetzt sagen ich habe jetzt hier ganz viel Geld zu werden oder was immer das ist alles nur der gleiche Wunsch Gedanke das ist nicht die Person werden das ist nicht der den Weg gehen das ist einfach nur das Ziel erreichen und wir bekommen zum Beispiel ganz oft diese Fragen unter den Videos und zum Beispiel also unter den YouTube Videos und Instagram und so weiter so nach Quickfixes nach schnellen Tipps um diese bestimmte Frau die du gerade kennst zu verführen wir haben auch eine Episode vor einigen Wochen dazu gemacht oder die Ex zurück zu gewinnen und und was noch alles also immer dieses eine bestimmte Ziel aber wir können dir die Tipps dafür geben aber das wird dir nichts bringen das wird dir absolut nichts bringen nicht weil die Tipps wertlos sind sondern weil du nicht die Person bist die die den fruchtbaren Boden besitzt dass der Tipp gedeihen kann werde die Person der Weg ist das Ziel auf dem auf dem Weg zum Ziel musst du die Person werden die das Ziel annehmen kann ein Beispiel dazu ist ich war vor kurzem im Urlaub mit meiner Freundin und wir hatten eigentlich vor und wir sind auch dahin gefahren zu einem Strand zu fahren der war anderthalb Stunden entfernt richtig schöner Strand so weißer Sand türkises Wasser schön schön Strand und auf dem Weg dahin sind wir spontan haben wir das so gesehen am schild und da war so eine Ausgrabungsstätte und dann sind wir spontan da einfach abgebogen und dann als wir da waren haben wir so ein Spiel gespielt wo ist das Gefängnis oder wo war das Gefängnis hier und weil wir das gespielt haben weil wir da abgebogen sind hatten wir so viel Spaß wir haben so ein Rollenspiel gespielt in jedem dieser Räume in der Ruine wo das Gefängnis gewesen wäre und so weiter super viel Spaß dabei und dann sind wir später wieder ins Auto gestiegen und zum Strand gefahren hatten da einen schönen Tag und als wir später über den Tag gesprochen haben haben wir am meisten über die Zeit in der Ruine gesprochen weil wir da so viel Spaß hatten weil das was besonderes war weil das nicht das eigentliche Ziel war auf dem Weg weil wir weil wir nicht versteift gesagt haben okay wir müssen das Ziel erreichen wir müssen in 90 Minuten diesen Strand erreicht haben weil wir nicht so verliebt in das Ziel waren konnten wir den Weg genießen und hatten die Rezeptoren frei zu sehen oh guck mal das ist eine Ausgrabungsstätte was Archäologisches für uns beide interessiert lass da mal hin und dann hatten wir einfach da super viel Spaß wir hatten dann nicht gesagt okay das passt nicht in unseren Zeitrahmen wir können da jetzt zwar hinfahren aber nur 10 Minuten und dann haben wir einfach 10 Minuten weniger am Strand das ist ah Hilfe Hilfe ganz schlecht nein wenn du wenn der Weg für dich das Ziel ist wenn du weißt dass du auf dem Weg die Person wirst wirst du auch automatisch den Blick für andere Seitenwege frei haben du wirst den den Blick dafür frei haben für von wie aus für Nebenquests ja so wenn du die Hauptquests in deinem Spiel wenn du die nicht mit mit akribischer Steifheit verfolgst wirst du viele coole Nebenquests finden und dann das besondere Schwert finden was den Drachen am Ende noch besser erschlägt und was auch immer ja also du wirst du wirst die Person die die dieses Ziel erreicht und klar wir brauchen halt irgendwie ein Ziel um überhaupt einen Weg zu haben aber das Ziel ist halt nicht das Ziel ja auf der Reise wirst du die bessere Version von dir selbst du wirst dich selbst mehr kennenlernen wie du du wirst dich selbst so kennenlernen wie du dich selbst noch nie gesehen hast du wirst dich so kennenlernen wie du dann auch entsprechend zur besseren Version von dir wirst zur 2.0 10.0 Version was auch immer ja und du wirst sehen wie du bisher extrem unter deinem Potenzial gelebt hast wenn du weiter danach strebst irgendwelche kleinen Tipps für deine kleinen Probleme zu finden diese kleinen Probleme zu lösen wirst du niemals über dich hinauswachsen du wirst die Person bleiben die einfach nur diese kleinen Probleme hat im Leben geht es darum du wirst immer Probleme haben im Leben geht es darum nicht seine Probleme zu lösen sondern die Qualität seiner Probleme zu verbessern du musst nach besseren Problemen suchen einer unserer Teilnehmer vor einiger Zeit hat sich im Coaching Call darüber extrem beschwert dass die Frauen die drei Frauen die er jetzt in der letzten Woche daten wollte ihm alle abgesagt haben und er dann da alleine stand am vereinbarten Dateort und die entsprechend da nicht gekommen sind und er hat sich dann darüber ausgelassen hat sich beschwert und dann habe ich gesagt das ist doch gut das ist doch ein gutes Zeichen und er wusste gar nicht was ich damit meinte aber er hatte das Problem noch nie das ist das erste Mal in seinem Leben dass er überhaupt sich mit einer Frau trifft oder treffen könnte und zu einem vereinbarten Dateort geht und jetzt hat er halt das Problem dass die Frauen nicht erscheint können wir lösen aber er hatte das Problem noch nie er hatte ein besseres Problem jetzt weil vorher hatte er das Problem dass die Frauen ihn nicht mit dem Arsch angeschaut haben besseres Problem geil ja und das konnte er nur machen weil er entsprechend den Weg betrachtet hat wenn er jetzt einfach nur gesagt hätte so so hallo ich möchte jetzt irgendwie bei euch ein Coaching machen entsprechend eigentlich möchte ich gar nicht bei euch ein Coaching machen sondern ich möchte einfach nur wissen wie ich heute nach eine Frau mit nach Hause nehmen kann oder wie ich eine Freundin finde dann werden die die Sachen die wir dir nicht sagen dann werden die Sachen dann werden die Sachen die wir dir sagen die werden einfach nicht fruchten weil du nicht den Willen mitbringst dich weiterzuentwickeln du musst die Person werden die bei denen die Tipps auf dem fruchtbaren Boden treffen und das fünfte Zitat ist ein Zitat das mich seit seitdem ich angefangen habe mich auf den Weg zu begeben besser mit Frauen zu werden die Persönlichkeits in die Persönlichkeitsentwicklung zu gehen ein Zitat was mich seitdem folgt und es ist ein Fight Club Zitat und die die mich kennen so entsprechen die Männer auch im Coaching die wissen dass ich Fight Club liebe es gibt Menschen die zum Beispiel die sagen ich habe ich habe einen Film ja den Film habe ich schon tausend Mal gesehen so über welchen Film auch immer ich habe Fight Club tatsächlich weit über 140 Mal gesehen also ich habe ab 140 ungefähr aufgehört zu zählen warum weiß ich das so genau weil ich damals so die mir die Routine gebaut habe auf jedem Date das war so im ersten in den ersten zwei Jahren die ich dann angefangen habe Frauen anzusprechen so auf jedem Date musste ich dann entsprechend Fight Club mit ihr schauen so das war einfach meine Routine und einfach weil ich in den Film verliebt habe verliebt war und dann dann darüber schwärmen konnte auf dem Date und immer wieder stoppen konnte guck mal das und das passiert oder das und das meint die Person damit und ich finde den Film tatsächlich besser als das Buch das Buch ist das spoilert so ein wenig aber darum geht es nicht so was ist das Zitat das Zitat ist erst nachdem wir alles verloren haben sind wir frei alles zu tun oder erst nachdem wir alles verloren haben haben wir die Freiheit wirklich alles zu tun es geht dabei um diese um bei Fight Club propagierte Nullpunkt Philosophie und mal abgesehen davon dass vieles in dem Film eher nihilistisch geprägt ist und Nihilismus eher eine eine Form von Religion ist die sehr kopflastig ist die viele Realisten äh Realisten Menschen die in der Reha arbeiten ähm Realisten für sich beanspruchen und so weil alles ja keinen Sinn hat und so weiter ähm das kann ich so nicht so nicht unterschreiben das funktioniert für mich nicht ähm aber jeder mag glauben was er was er glauben möchte ähm aber erst nachdem wir alles verloren haben haben wir die Freiheit alles zu tun und das ist etwas was was sehr mit mir resoniert hat damals und was ich dir jetzt auch mitgeben möchte denn wir wir das ist ein ein Zitat das sehr mit unserem Ego spricht und unser Ego möchte an Dingen festhalten unser Ego ist ein ein impotenter Gott zwischen unseren Ohren der die Realität biegen und brechen möchte wie er es möchte wie es es möchte also diese diese Echse in unserem Kopf dieser Gott dieser impotente Gott in unserem Kopf und dann findet dieser Gott heraus dass die Realität nicht ihm gehorcht und dann werden wir immer verkrampfter wie dieser das sendet uns das Ego immer mehr Impulse immer verkrampfter an dieser Vorstellung festzuhalten wie die Realität zu sein hat wie wir uns das vorstellen sollten und wir identifizieren uns immer mehr mit dem was wir was unser Verlangen ist und was wir nicht erreichen können und wir lassen uns gleichzeitig so so formen von unseren Etiketten und Labels also dasselbe Worten auf Englisch von den Etiketten die wir uns auflegen ich bin der beste Buchhalter der Firma oder Deutschlands oder was auch immer ich bin Programmierer ich bin Raucher ich bin Nichtraucher oder was auch immer wir uns für Etiketten auf aufkleben unsere Identitäten das sind wir dann und dann macht die Welt Sinn dann haben wir eine Sicherheit dann dann sind wir nicht dann laufen nicht durch einen dunklen Wald wo jeder nächste Schritt sein könnte dass wir vorne ein Ast laufen oder so sondern wir haben dann eine gewisse Sicherheit einen gewissen Weg und das definiert uns dann unser Besitz definiert uns unsere 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 Identität definiert uns unser Job definiert uns und all das sind wir nicht unsere Gedanken unsere Gefühle all das sind wir nicht und wenn wir lernen das loszulassen dann haben wir auch die Freiheit wirklich alles zu tun und alles andere zu sein wenn wir die Angst davor verlieren arbeitslos zu sein oder kein Geld zu haben oder einsam zu sein also arm zu sein auf der Straße zu sitzen auf der Straße einsam zu erfrieren wenn wir die Angst davor verlieren dann sind wir unaufhaltsam du kennst du kennst bestimmt Geschichten von Menschen die halt so irgendwie und das sind gerade so Geschichten von Menschen aus den USA weil da sehr wenig sehr wenig butterweiches Schutznetz aufgespannt ist also gerade so im deutschsprachigen Raum werden wir wahrscheinlich niemals irgendwie rock bottom erreichen sondern wir werden immer auf dem auf dem Sicherheitsnetz landen und immer noch ein wenig Geld vom Arm bekommen und nicht 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 obdachlos werden oder nicht verhungern das ist sehr unwahrscheinlich aber diese Geschichten die du oftmals hörst sprechen dann aus den USA wo entsprechend so wenn du dein Haus verlierst oder dein wenn dein Job verlierst dann sieh zu und du musst gar nicht du musst gar nicht diese diese Person werden die oder gar nicht diese diese Erlebnisse haben wo du auf dem rock bottom bist es reicht erstmal dir klar zu machen wenn du jemand bist der gerade eine Freundin finden möchte weil er sich einsam fühlt warum bist du auf diesem Weg warum willst du dieses Ziel erreichen weil du dich nicht mehr einsam fühlen möchtest dann frage dich mal was ist das Schlimmste was passiert wenn du niemals jemand findest was wäre wenn du für immer für den Rest deines Lebens alleine bleibst keine Freunde keine Partnerin niemand was passiert wie fühlt sich das an und wenn du damit Frieden geschlossen hast was wäre wenn du niemals dein Ziel erreichst was wäre wenn du niemals mit deiner Traumfrau zusammen bist was ist wenn du niemals diesen Job bekommst oder was auch immer erst wenn du dich davon losgelöst hast und wenn du akzeptieren kannst dass du das vielleicht niemals erreichen kannst dann bist du nicht mehr Sklave deines Ziels ein anderes Zitat aus Fight Club ist alles was wir besitzen besitzt am Ende uns und das ist genau auch das Ding was wir in einem anderen Zitat hatten what you resist persists wenn du nicht akzeptierst dass die Dinge sind so wie sie sind so wie sie gerade erscheinen akzeptieren bedeutet nicht sich zurücklehnen und sagen ich kann nichts dagegen tun akzeptieren ist jetzt ist das so so wie ich das jetzt wahrnehme völlig neutral ist das so erst dann wenn du das akzeptieren kannst erst dann hast du die Freiheit daraus im nächsten Moment eine andere Geschichte zu schreiben aber wenn du das nicht akzeptieren kannst wenn du wenn du sagst ich darf nicht alleine sein ich darf nicht keine Partnerin haben ich muss eine Partnerin haben jetzt bald oder ich muss das jetzt bald gelöst haben für mich weil sonst xy dann wirst du immer Sklave dessen sein du wirst immer Sklave der Sklave von Frauen sein nicht weil Frauen das Böse meinen mit dir sondern du machst dich selber zum Sklaven von Frauen nicht mal von dieser einen Frau an die du jetzt vielleicht denkst aber es ist dann meist dann einfach nur die nächste Frau die dann irgendwie eine Emotion in dir auslöst wo du deine Co-Abhängigkeit spüren kannst oder wo du eine Abhängigkeit entwickeln kannst generell diese eine Frau wird dann der Auslöser dafür sein dass du dich weiterhin zum Sklaven machst dass du entweder dann sagst ich muss jetzt irgendwie zeigen dass ich ein ganz lieber Kerl bin und dann lande ich in der Friendszone als Nice Guy oder du bist dann derjenige der ganz verdrossen wird und dann sagt Frauen sind alle doof und alle wollen alle nur Geld oder nur den Macho oder was auch immer das ist das gleiche Phänomen das ist einfach nur auf der anderen Seite des Spektrums du bist einfach auf dem anderen Extrem du bist weiterhin dann der Sklave von Frauen nicht weil Frauen böse sind oder nicht weil Frauen das Böse meinen du machst dich selbst zum Sklaven von einem einem Meister der keiner sein möchte aber erst wenn du die Freiheit hast oder erst wenn du wenn du alles verloren hast hast du die Freiheit alles zu tun erst wenn du dich damit abgefunden hast dass du vielleicht für den Rest deines Lebens alleine bleibst erst dann wirst du die Kreativität erschaffen können erst wenn du aus der Angst heraus dich befreit hast wenn du keine Angst mehr hast was dir passieren könnte wenn du diese Angst überwindest und aus dem Überlebensmodus herauskommst aus dem Ego herauskommst erst dann kannst du in die Verbindung gehen und erst dann kannst du wirkliche Verbindung eingehen dann kannst du tiefe Verbindung eingehen mit Frauen du bist dann derjenige der automatisch Frauen in sein Leben zieht wenn du das möchtest du musst dann nicht eine Frau haben du kannst gleichzeitig viele 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 Frauen daten wenn du das möchtest du gestaltest dein Leben so wie du möchtest weil du nicht mehr in der Regel spielst die nicht für dich gemacht worden sind aber du entscheidest dich wahrscheinlich dagegen nach deinen eigenen Regeln zu spielen weil du noch Sicherheit möchtest ja klingt auf anderes Zitat hier an der Stelle ja erst wenn du alles verloren hast hast du die Freiheit alles zu tun und wenn du möchtest dass wir dir dabei helfen gerade in den Mindset-Calls wo ich über 13 Wochen hinweg mit dir zusammenarbeite wo ich mir deine Traumata deine Ängste anschaue und dir gemeinsam diese Dinge überwinde sodass es sich nicht wie Arbeit für dich anfühlt sondern dass du siehst dass diese Großartigkeit das Potenzial schon lange in dir steckt und dass du eigentlich Dinge verlernen musst die du dir antrainiert hast die für dich einfach nicht passen dass du einem Narrativ gefolgt bist was nicht für dich passt sondern du deine eigenen Regeln machen darfst und dann dein eigenes charismatisches Selbst freienfalten kannst dann geh auf flirtanalyse.de ja wir machen das seit über 10 Jahren seit 12 Jahren glaube ich mittlerweile schon ja wir hatten dich schon im Coaching wir hatten dich und dein Problem schon 513 Mal dein Problem ist nichts Besonderes oh aber mein Problem muss doch was Besonderes sein wirst du jetzt vielleicht sagen das ist Ego oh ne ich bin so ein ganz spezieller Fall könnt ihr denn auch mir einem ganz speziellen Fall überhaupt helfen du bist kein spezieller Fall dein Ego möchte dir das erzählen dass du ein spezieller Fall bist und du ein ganz spezielles Problem hast damit es dich in deiner Komfortzone halten kann damit du dich nicht weiterentwickeln musst damit du nicht in die Gefahr in Anführungszeichen gehen musst und eine Frau ansprechen musst etwas was du nicht kennst damit du nicht deine Komfortzone erweitern kannst das ist dein Ego was dir erzählt dass du ein ganz spezieller Fall bist und ein ganz spezielles Problem hast hast du nicht wir hatten Männer dabei die extrem ähm wie heißt das äh extrem extreme sprachfehler hatten die ähm gestottert haben wir hatten Männer dabei die nicht nicht richtig gehen konnten wir hatten Männer dabei die blind waren wir hatten Männer dabei die damals eine Frau waren wir haben schwule Männer dabei gehabt ja das warum können wir das alles machen warum können wir warum können wir Männern aus diesem Spektren allen helfen weil das was die Männer vereint ist ein gutes Herz zu haben Männer die den Impuls in sich gespürt haben dass all diese 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 Messages da draußen diese Tipps da draußen von Mann gegen Frau für sie einfach nicht passt dass die ganze Manipulationsschiene da draußen sich einfach nicht richtig anfühlt und es ist sie auch nicht das ist nicht so wie Menschen funktionieren das ist nicht so wie Evolution funktioniert Evolution funktioniert nicht Survival of the fittest Evolution ist Kooperation das Miteinander hat uns stark gemacht nicht das Gegeneinander all die Geschichten von aus unserer aus unserer jüngsten Geschichte und aus unserer ältesten Geschichte all die Kriege sind entstanden weil ich denke dass ich besser bin als du er ist schlimmer als er der hat was was mir gehört dass wir gegen sie denken ist Ego das ist extrem unnatürlich schau dich mal in der in der Natur um wie viel Symbiosen es gibt ja die ganze Biodiversität ist Symbiose ist miteinander miteinander leben es ist ein Äquilibrium da draußen das will ich gar nicht so weit abschweifen aber das alles ist Beweis dafür dass der Weg deines Herzens der richtige ist dass diese all diese diese Messages von ihr gegen mich ich gegen sie was auch immer nicht die richtigen sind ja flirtanalyse.de du musst dich nicht von deinen Ängsten leiten lassen wir sind für dich da und wenn du gar nicht mehr so lange warten möchtest oder wenn du uns auch mal in live sehen möchtest und mit uns arbeiten möchtest dann kannst du den ersten Link in der Beschreibung anklicken denn wir haben das nächste Event wieder am Start wo du zu einem ganz ganz günstigen kleinen Preis mit uns für ein Wochenende zusammenarbeiten kannst in Frankfurt im Herzen Deutschlands und da kannst du Andi all deine Fragen stellen du kannst mit unseren Coaches direkt rausgehen die an deiner Seite stehen du wirst viele viele Kontakte knüpfen zu anderen gleichgesinnten Männern was super super wertvoll ist für deine Reise direkt Freundschaften knüpfen von gleichgesinnten von Männern die genau so denken wie du auf dem gleichen Weg sind wie du und gerade diese Unterstützung unter Männern ist extrem extrem wertvoll deswegen machen wir das auch mit diesen Gruppen und genau kannst du den ersten Link in der Beschreibung anklicken denn wir haben schon direkt in wenn du die Folge hörst in den nächsten Wochentagen noch einige Plätze frei für dieses Event vielleicht ist jetzt schon ausverkauft wenn du gerade diese Folge hörst aber klick auf den ersten Link in der Beschreibung melde dich an für die FMC Live und dann sehen wir uns auch schon bald dann in Frankfurt und wenn dir das gefallen hat mit den Zitaten die ich dir heute mitgegeben habe dann schreibt gern wenn du auf YouTube bist in die Kommentare dass du noch mehr haben möchtest denn ich habe noch 5 weitere und das hat jetzt schon viel zu lange gedauert deswegen bleiben wir gerade einmal bei 5 dieser Zitate die sehr viel Lebensweisheit beinhalten und die dir auch dabei helfen werden dein Ziel zu erreichen und Frauen in dein Leben zu ziehen die wirklich zu dir passen tiefe Verbindung zu erlangen und entsprechend dermal zu sein von dem Frauen nicht genug bekommen können wir zeigen das seit Jahren schon an vielen vielen Männern dass genau das funktioniert und nachhaltig funktioniert also schreib gerne in die Kommentare dass du noch mehr Zitate hören möchtest und mitbekommen möchtest und dann machen wir nochmal so eine Folge vielleicht mit Andi zusammen und genau danke fürs zuhören fahr vorsichtig und bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten